MyTB-Fans, aufgepasst! Penny, mach auf, ich muss dir was sagen! Am Wochenende erwartet euch die geballte Pfadfinder-Power. Was? Wie spät ist es denn? Haben wir das Treffen verpasst? Nein, das große Honigbienen-Treffen ist heute ab 17.15 Uhr. Es wird chaotisch, abenteuerlich und aufregend. Penny, ab mit dir in die stille Ecke! Also, schaltet ein zum Honigbienen-Wochenende. Ich halte hier nicht mehr aus. Das MyTB-Honigbienen-Wochenende, heute ab 17.15 Uhr. Nur bei Nicktoons. Untertitelung des ZDF für funk, 2017